1, 2, 3 und 4 und 3. Jetzt hat er es gemacht! Von da wieder! 3, 0, 3, doch! Sie sind so schlecht, die Führerin! Sie müssen mal mit 5, 0 und 30 gehen! Wo will ich hier hoch steigen? Das Spiel ist schon für den FC Heros Start. Diesmal war der Torschützer Spieler mit der Nummer 10, Alexander Seifert. Jetzt schlaht's her. Die haben dir Respekt.